Liebe Ulter-Freunde, jetzt wird Brandkalb geladen in den Spezialstreuer. Wie? Ja vorne kann ich ein wenig nachfahren, ja. Ein Spezialstreuer, um Brandkalk zu streuen. Er hat hier Angriff über das Rad. Über das Rad wird da die Welle angetrieben und dann den Schieber zum Öffnen. Hier eingestellt, etwas über 2cm offen. Sollte 1.000 kleine Tonnen, will ich, rauslassen. Hektare, ich hoffe ich schaffe das. Sollte 1.000 » Top 1.000 rokeneinen 2.000 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020